hallo liebe community family und zuschauer ich bin's wieder und herzlich willkommen zu der 347 folge von okay kommt es gemacht hat okay wir sind dran der herrscher mal gestern nach noch ein bisschen und hat dieser überlebt das ja wir wissen dass die hier hinten auftauchen kommen ob ich irgendwo schuss bekomme ja genau ich habe keine munition mehr Scheiße. Oh man, fängt ja wieder mal gut an. Okay. Ja. Muss mit dem Panzer sehr weit vorfahren. Ich treffe die Tussau, das weißt du. Wie kann so einer Schwein haben? Tschüss. So, äh. Wo hab ich denn da? So. So. doch einst singen ja ich verstehe ich No Arschne Yes Und 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 Äh Helft nicht gegen sie Alter Fängt ja schon mal wieder klasse an Oh ja vollkommen klar vollkommen klar Macht mir nichts aus Tschüss Das war der Panzer Okay Mh 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 So Ja du hast gleich äh Aufgabe Panzer zu reparieren Mh 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 t und gleich noch einmal in der ersten Karten und dann um unsicherheit bei der Toch wir haben Erstmal da versammeln. Ja. Kautchen. So. Äh. Ja, die Bomben auch gleich vorne. Ja. Dann muss ich noch anders hinstellen. Kiongukla. Teki war doch die Lüge. So. Ja, okay. Wir wissen ja, dass sie von da sehr viel kommen. Sehr schön. Scharfschütze. Quatsch mal hier. Okay. Wir verzögern das jetzt nochmal um eine Runde. So, die zwei noch da. Und Ramona wird hier aushelfen. So könnte ich das ganz gut. Äh. Nein, nicht nochmal. Wird nix. Tut mir leid. Boah, das ist ja brutal als sonst was. So. Ein Panzer. Hier hin. So. Du ziehst dich mal zurück zum Panzer. Ich brauche wenigstens zwei da. Beim Panzer bist du gut aufgehoben. So. Ich werde das nicht mehr zurückziehen. So. Uh. Das ist mein Weg. Was ist das? Was ist das? Nein? Ja. So... Sehr schön. Alles genau strategisch platzieren. Die Scharfschützin geht weiter nach oben. Die muss ich dafür umkümmern. Lauf bitte jetzt in keiner Minen rein. So. Da, 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 da. Watchen. Du fährst bitte nach vorne. Sorry. So, und du nimmst das ein. So. Oh. Hmm. Los, helfen, retten. Das ist wie ein Scharfschütze, sehr schön. Er wird die jetzt vollkann erwischen. Ja, ist klar. Boah, sieben HP. Och man, die sieben HP hättet ihr mir ja gönnen können. Oh, da sind's 9,30. Wir müssen erstmal die untere Seite... Da kommen die nämlich schon. Das war klar. Tschüss. Tschüss. Alles klar. Scheiße. Jaaaa, was sind das für scheiß Waffen? Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Ich bin ein Zeug. Das könnte ich. Na, das wird alles. Das wird Twiggy. Das wird Twiggy. Das schwöre ich jetzt schon. Das wird jetzt schon richtig Twiggy. Wir müssen... Vergiss es. Weg mit dem Dreck. Ja, und dann stimmt auch noch die Rosi. Vollkommen klar. Danke. Nix da. So, jetzt sind wir dran. Oh. Mhm. So, wie viel? Okay. Ich muss ihn zweimal einsetzen. Okay. Sehr schön. Möke Schäu-Geki. Yes. Oh. Gut. Jussi, ikdo. So, done. So, wirst du noch eine Runde durchhalten? Ja, okay. 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 Oh, okay. Das ist richtig. Ich muss nach hinten gelangen. Gut. Gut, okay. Ja! So! Das ist sehr schön! Tag! Und Chess! Und schon mal zurückziehen Richtung Basis! Gut! Also das war eine gute Runde! Nein! Scheiße! Ja, mein... Töte ihn jetzt! Danke! Danke! Nächster Tod! Scheiße! Hilfe! Wie bitte? Ich verstehe das nicht! 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 Ich habe den scheiß Panzer doch zerstört! Warum sind die... Hocken die immer noch hier rum? Ich verstehe das nicht! 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 Ich verstehe das nicht die Runde sind... Es ist ein LPX war bevor du hast! Rosi weiter mehr kann ich nicht so 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 Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Komm, komm, komm. Kleines, missgeboten Ding von einem. Ja, komm, 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 komm. so das war es jetzt auch mit dieser folge ich bedanke mich hier mal für zusehen bis zum nächsten mal kurz und schmerzlos sollte links auf auf der säule die letzte folge des projekts rechts auf der säule ein anderes projekt schaut da mal rein und was er in den schnabelt ist mein kanal lasst mir was da und shelly kommt da auch schon angeflogen mit ein kanal den ich euch ganz herzlich bin schaut da mal rein in dem sinne so gut ciao bis zum nächsten mal